Du Grossvater, warum hat der Käse so grosse Löcher? Der Schweizer Käse ist wie die Berge, voller Löcher. Und was ist in den Löchern? Viel Geld! Mein Vater sagt, es gibt Leute, die kommen mit fliegenden Maschinen und haben alle Geheimnisse der Welt bei sich. Ihre Augen werden gezaubert und dann dürfen sie zum Herz der Berge verschaffen. Alle Geheimnisse verschaffen. Das glaube ich dir nicht, mein Kind. Wir entwickeln und implementieren innovative Datenspeicherungslösungen, auch dort, wo es keine Berge gibt. Unsere Aktie gibt's ab 7. September am neuen Markt. COPE – The Data Storage Consultants